Moin, 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 meine Lieben, willkommen zurück zu Age of Empires 2, dieser Schlacht, die wir hier gewinnen wollen. Es wird auch recht wichtig, dass wir das schaffen, wenn ich einmal was anfange im Strategiesektor, dann will ich es auch beenden. Und wir brauchen Schiffe. Wir brauchen definitiv Boote. Und da bin ich jetzt dran. Was ist so? Prät? Was ist so? So, und hier muss ich noch übersetzen. Nein. so das haben wir geschafft wir bauen jetzt hier einen Hafen und versuchen mit den Truppen schon ein bisschen Unruhe zu schiften steigt von den Pferden ab und seht wie die Huskars Mann gegen Mann kämpfen so 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 schon mal der erste Angriff ging durch so 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 ich glaube das werden wir mal sehen so 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 Weg. Jetzt muss es weg. Perfekt. Irgendwo habe ich auch noch die Ars-Hoterie. Die muss dann natürlich auch noch rüber. Die Ars-Hoterie. 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 Oh, nicht genug Stein. Oh, nicht genug Stein. Oh, einете? Ich nehme an, das alles ist. Das fand ich immer so nervig in dem Spiel, dass die da mit der gleichen Geschwindigkeit hinterher tingeln. So und jetzt gucken wir, da kam ein bisschen mehr gerade. Seltsam. Na los. Die wollten übersetzen. Okay. So ab in die nächste Zeit. Die Ressourcen haben wir. Okay. Oh, der macht das schon von ganz allein. Okay. So ein paar Upgrades fahren hier. Okay. 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 Früher hatte ich mir immer gewünscht, warum nicht die Zeiten zu erreichen schwerer gemacht wird. So, hier oben kommt der nächste Gegner. Wir reiten jetzt mal hier den Bereich ab. Gucken, was wir hier noch so finden. Steine, das ist schon mal gut. Ist auch mit das wirklich beste Echtzeitstrategie-Spiel, was je programmiert wurde, meines Erachtens. Letzten Bericht von der Gamester gesehen. Stimme ich absolut der Meinung des Redakteurs zu. Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr. Aber da wurde auch mitgeteilt, dass er der Meinung ist, dass definitiv Age of Empires den mitbesten Part in der Echtzeitstrategie übernommen hat. Das ist nicht mehr Starcraft, nicht mehr Blizzard mit diesem Zusatz. Oh, hier unten wäre auch ein richtiger heimtückischer Weg gewesen. Krass. Also das war doch vielleicht das letzte Gebäude von diesem roten Spieler, oder? Von, wie heißt er? Die sächsische Flotte. Die sächsische Flotte. Geil wäre, wenn die in ihre ursprüngliche Stellung gehen würden. Aber das klappt irgendwie anscheinend. Geil wäre, wenn ich nicht. Geil wäre, wenn ich nicht. Updaten wir mal die Kriegsskalere. Dann arbeiten wir weiterhin Gold ab. So, die Burg müssen wir vernichten. Geil ist ganz nehrin. Begegnet Theme Begegnet Begegnet Könnt ihr mal bitte vorziehen, Alter. Wir bauen da jetzt eine Uni hin, bei ihm hier oben. Wir teilen das Wissen. Wir bauen das Wissen. Die schießen gleich besser auf bewegliche Ziele. Nämlich ziehen sie dann noch mal vor. Halten vor. Hier ist viel Gold und Stein. Tolle Insel. Ach, wir können nicht mehr. Sehr gut. So. Den Turm haben wir. Belagerungswaffen ziehen wir auch nach. Können wir den Turm eigentlich auch upgraden? Ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch einen Hafen finden. Hm. Ah. So. oh 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 Und die Schnetzeln hier oben die einzelnen Leutchens weg, finde ich auch sehr gut. Bis jetzt ist die Herangehensweise okay. Das ist die Herangehensweise. 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 Oh, hier ist auch noch was. Hier hat der Sachse sein sein Domizil, würde ich mal betiteln. Interessant. Wir konnten nämlich Spione dazu bringen, uns die ganze Karte aufzudecken. Und jetzt geht es nur noch unglaublich viele Türme und diese Burg. Das ist die Herangehensweise. Das sind die Herangehensweise. Das ist die Herangehensweise. Das ist die Herangehensweise. das hier unten links kann nicht aufgedeckt werden das hier oder es ist das was ich habe das aufgedeckt was die feinde gesehen haben klar wo waren denn hier was ist Ich glaube, einschätzen zu können, dass wir diese Burg mit den Truppen, die wir da jetzt haben, nicht zu Fall bringen. Ach, hier sind auch noch diese ganzen Huskar-Typen. Oh, Türme haben die nicht. Dann können wir ruhig hier randalieren mit den beiden. Ja, jetzt haben wir die Burg. Ja, wunderbar. Gegrüßt seid ihr, Wilhelm der Eroberer, König von England und der Normandie. Ah, wie wunderbar, Leute. Damit haben wir es gepackt. Zweite Folge Age of Empires 2. Wenn ihr noch ein paar Missionen sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare oder liked das Video und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr neu seid und so lange durchgehalten habt, ein Abo würde mir gefallen und auf dem Channel gibt es sonst weiterhin angespielt Strategiespiele, tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen Painting-Tutorials oder Painting-Aufnahmen allgemein und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.